hallo und herzlich willkommen zum zweiten duell der künstlerkumpel 1 gegen 1 duelle wir haben es doch nicht geschafft ist nur die frage fangen wir an oder fangen wir jetzt nicht an ach wir lassen ihn mal anfangen was soll schon passieren mit der ottois fusion ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte wahl gewesen so wir haben die schildkröte und wir haben das und er will uns ärgern habe ich so das gefühl okay 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 das ist alles scheiße gut testen wir erst mal was er so hat okay das hat er nicht nichts gegen zaubernde fallen karten was uns jetzt auch nur bedingt hilft und zwar gar nicht eigentlich den rufen wir mal den er hat was gegen monster das ist jetzt natürlich nicht so schön für uns war nichts gegen angriffe nur was auf beschwörung wie es aussieht okay wir holen uns jetzt auf jeden fall erstmal den zauberer und dann gucken wir nächste runde was wir denn so machen können weil gut wir können im zweifelsfall die 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 schildkröte beschwören und die riesen bis schildkröte nachteil der sache ist wir pushen das ding auch nur auf eine lächerliche art und weise weil es kommt da nicht wirklich auf angriffspunkte es ist natürlich die frage was er darf verwandt und trotzdem leider viel besser das sieht mir nach einer vierer exit variante mit den neuen künstler marian aus das ist natürlich schlecht vier exil steck vier exil stecks vier exil stecks sind relativ schnell wir brauchen gerade noch ein bisschen aufbauzeit aber wenn wir glück haben hat er zwei monster und wir keine das heißt wir können die fusion durchbringen gut er hat dann mehr monster weil er hat jetzt dann zwei vier exil was schön ist so wer kommt jetzt der ok ok dann wissen wir auf jeden fall schon mal was wir hoch geben und zwar geben wir den hoch unter der voraussetzung dass das funktioniert wie ich das denke aber wir haben auf jeden fall schon ordentlich was gefressen okay gut machen wir als erstes das offensichtlichste und zwar den da und den da so wir geben hoch den da wir können annullieren ja und jetzt wird der da irgendwas gegen tun reißen wir müssen den da rein auf jeden fall haben wir uns um sein zeug gekümmert was für uns schön ist für ihn jetzt nicht so was das ist doch ironie des schicksals wer macht denn sowas wir haben zweimal die exe hintereinander gezogen obwohl ach ne wir haben ja nochmal gemischt zwischendrin das ist doch ironie des schicksals ha 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 ah gut wir können das nochmal bringen das bedeutet so es muss sowieso durch ein gegner effekt zerstört werden damit wir den effekt von dem richtig bringen können ähm so dann hebe ich mir das für nächste runde auf obwohl brauche ich gar nicht kann ich gleich so spielen weil wir nur ähm dreier haben und wir haben jetzt sowieso gewonnen fällt mir grad mal so auf ähm es ist erstaunlicherweise auch wieder so ein kurzes spiel ähm ja ich hasse solche verdammt irrelevant beschissenen spiele würde ich fast sagen ähm allerdings ja es ist jetzt eine OTK Version fast gewesen weil ähm hätten wir jetzt unsere andere Exe noch gerufen dann hätten wir 6-6 gehabt und hätten 6-7-6 und zwangsläufig 7-6 plus 800 sind 8-4 also OTK er hat nichts mehr gehabt ähm wäre durchgegangen wäre jetzt nicht äh irgendwas von wegen äh Vogelscheuche oder sowas gekommen allerdings ja wie man sieht OTK ähm ich werde jetzt kein zweites Spiel machen um die Duell ein bisschen länger zu machen dann ist es jetzt halt kürzer ähm ähm es ist jetzt halt eine Zeitfrage auf jeden Fall denke ich mal man konnte relativ gut sehen dass es OTK stark ist das Deck und ja ich hoffe es hat euch gefallen und sage mal so viel bis dahin bis zum nächsten mal so 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 so